Morgen liebe Campingfreunde. Morgen. Wir sind es wieder, Brigitte und Ernst. Es ist Samstagmorgen. Es ist 5.30 Uhr. Es ist stockdunkel. Wer tut sich sowas freiwillig an? Ja, wir. Wir. Wir gehen heute unser neues Wohnmobil abholen. Wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof, wo unser Zug um 46 Uhr abfährt, Richtung Dülmen, wo wir dann vom Bahnhof abgeholt werden. Richtig. Ich hoffe. Da sind wir um 9 Uhr da. Ja, genau. Ja, und dann werden wir abgeholt und alles weitere berichten wir euch dann später. Bis dahin. Tschüss. Mit der S-Bahn geht's zum Hauptbahnhof. Jetzt sind wir auch schon am Hauptbahnhof und warten auf unseren Zug. Jetzt sind wir in Dülmen angekommen und werden gleich abgeholt. So, da steht unser gutes Stück. Jetzt kommt noch die Einweisung. Dauert circa zwei Stunden. Kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ja, dann noch tanken und dann kann es auch schon losgehen. Die Fahrt nach Hause. So, kurzer Rundblick. Ernst hat Hunger. War hier auch schließlich ein aufregender Tag. Und dann geht's nach Hause. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Ist alles in Ordnung. Während der Fahrt ist nichts passiert. Und da steht er. Und wartet, dass er eingeräumt wird. Und da steht er. 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 Und